Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zu einem neuen Video am sehr, sehr späten Donnerstagabend. Aber es ist ein Thema, über das man auf jeden Fall nochmal sprechen muss zur später Stunde. Und sicherlich auch, wenn es viele von euch sehen, am Freitag brandaktuell ist. Der FC Bayern München trennt sich von Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel ist der Top-Kandidat für seine Nachfolge. In meinem neuen Format Reaktion auf, sprechen wir über genau solche brandaktuellen Themen. Und heute geht es hier auf jeden Fall um die Entlassung von Julian Nagelsmann. Anfang März hat ja der Präsident von Bayern, Herbert Heiner, noch gesagt, wir planen eine lange Zukunft mit ihm. Mit ihm ist natürlich gemeint Julian Nagelsmann, seit 2021 Bayern-Trainer für die damalige Rekordsumme von 25 Millionen Euro von RB Leipzig nach München gewechselt. Und seitdem holte Nagelsmann aus 84 Pflichtspielen im Schnitt 2,31 Punkte, gewann die Meisterschaft sowie auch zweimal den Supercup. In der laufenden Champions-League-Saison gewannen ja die Bayern alle 8 von 8 Spielen. Im Viertelfinale geht es in gut zwei Wochen gegen Mitfavorit Manchester City und nächste Woche in der Bundesliga gegen den BVB. Und genau in jener Bundesliga ist man ja nur noch auf Tabellenplatz 2. Es sind Wochen, wo sehr viel diskutiert wird, wo es auch viele Schlagzeilen neben dem Platz gibt. Und vor allem eben auch in der Liga unglaublich wechselhafte Leistungen. Zuletzt hatte man ja unter anderem in den letzten Partien in den vergangenen Wochen drei Niederlagen. Unter anderem auch bereits sieben Unentschieden in der Bundesliga und damit eben zehn Spiele in Summe, die man in der Liga nicht gewonnen hat. Und das ist einfach deutlich zu viel. Es gab auch immer wieder Diskussionen über Nagelsmann, der noch vertraglich bis 2026 gebunden ist. Und der Transferexperte Fabrizio Romano hat am Donnerstagabend getwittert, der FC Bayern erwägt ernsthaft, Julian Nagelsmann zu entlassen. Die Entscheidung wird intern diskutiert, der Verein könnte ihn bald entlassen. Und mittlerweile gibt es eben auch Bestätigungen aus Deutschland, die auch nochmal einen Schritt mehr machen. Denn die Bild zog kurze Zeit später nach und meldete, dass die Trennung von Nagelsmann bereits beschlossene Sache sei. Der Kicker hat sogar bei Nagelsmann nachgefragt. Er hat wohl gesagt, er weiß noch von nichts. Aber laut dem Kicker steht auch schon mit Thomas Tuchel der Nachfolger bereit. Es fehle nur noch die Unterschrift. Und der Trainer soll eben auch dann direkt das Spitzenspiel gegen den BVB am 1. April leiten. Es ist ein dicker Paukenschlag in dieser Länderspielwoche. Und ich glaube, wir können uns alle noch an die Aussagen erinnern, nach den beiden PSG-Spielen, wie stark die Bayern sind, so gewinnst du die Champions League. Nagelsmanns Taktik geht langsam immer und immer besser auf, hin zur Dreierkette. Spieler wie Pavard und so sind richtig gut in Form. Und dann gab es aber eben auch immer und immer wieder die Rückschläge in der Bundesliga. Und genau das hat nun Julian Nagelsmann tatsächlich den Job gekostet. Für mich eine Meldung, die komplett überraschend kam, in einer gewissen Art und Weise auch komplett aus dem Nichts. Auch wenn natürlich die Person Nagelsmann schon immer und immer wieder diskutiert wurde, gab es ja eigentlich nie wirkliche Stimmen, wo man irgendwie interne Zweifel so krass rausgehört hat wie jetzt. Und jetzt soll es wirklich so sein, dass Nagelsmann entlassen wird. Und das ist somit ein Fall von einem Trainer, der vor anderthalb Jahren für 25 Millionen Euro gekommen ist. Und dadurch gab es natürlich schon eine Riesenlast, der nach einem Trippeltrainer mit Hansi Flick übernommen musste und natürlich auch daran in einer gewissen Art und Weise gemessen wurde. Und man muss natürlich dann auch bilanzieren, dass sich die Geschichte Nagelsmann und Bayern nie so richtig auf das nächste Level bewegt hat. Also es gab eben auch in den vergangenen Wochen unglaublich schwankende Leistungen. Das Spiel gegen Leverkusen war da ja sicherlich auch nochmal das beste Beispiel, wo es ja auch dann auch wirklich nochmal scharfe Kritik von Hasan Salamidzic gab, dass er eine Mannschaft gesehen hat, die es halt nicht gezeigt hat, was Bayern bedeutet. Er hat selten so wenig Antrieb, Mentalität, Zweikampfführung, Durchsetzungsvermögen gesehen. Und genau all das kostet wohl nun Julian Nagelsmann auch den Job. Wenn man das jetzt mal einordnen und beurteilen möchte, ist es für mich wirklich vom Zeitpunkt her durchaus überraschend. Klar, das Spiel gegen den BVB in der Bundesliga ist ein Endspiel. Das kann man auch durchaus so sagen. Verlieren die Bayern dort, ist Dortmund fünf Punkte weg und ich glaube, dann sind sie auch nicht mehr aufzuhalten. Und ich glaube, daran merkt man nochmal umso mehr, eine Nichtmeisterschaft für die Bayern wäre eine Katastrophe. Denn in der Champions League ist man ja mit Nagelsmann voll im Soll. Klar, da geht es jetzt gegen Man City sicherlich den härtesten Gegner. Auch im Pokal ist man ja weitergekommen. Also Pokalwettbewerbe läuft ja durchaus. Aber ich glaube, trotzdem erahnen die Bayern, dass man so in der Konstellation nichtmals einen Titel möglicherweise gewinnen wird. Und man deswegen jetzt in der Länderspielpause, wo ja auch viele Spieler gar nicht da sind, diese Woche ist wohl auch kein wirkliches Training mehr. Man wollte es Anfang der Woche wieder loslegen. Reagiert man eben nun genau in dieser Phase. Und das eben auch vor der Schlüsselphase der Saison. Es geht dann gegen den BVB, Manchester City in der Champions League und dem DFB-Pokal geht es ja auch Anfang April weiter. Das sind wahnsinnige Wochen, die nun anstehen. Und eben genau das wird sein ohne Julian Nagelsmann. Ich persönlich hätte gedacht, dass man das Minimum bis zum Saisonende durchzieht. Und sollte es eben dann so sein, dass man nicht Meister geworden ist, die Reißleine zieht. Aber das tut man eben jetzt schon. Das könnte möglicherweise aber auch mit der Person Thomas Tuchel zusammenhängen. Denn man hat ja schon mal immer wieder so ein bisschen gehört, dass er durchaus in München auf dem Zettel steht. Sollte mal irgendwann etwas passieren. Er lebt ja auch in München und ist seit seinem überraschenden Ende beim FC Chelsea im September ja vereinslos. Und mit dem Blues hatte er ja noch 2021 die Champions League gewonnen, zuvor PSG trainiert. Wir alle kennen natürlich auch noch aus der Bundesliga von Mainz und Dortmund. Und genau Dortmund könnte nun Thomas Tuchels erstes Spiel als Bayern-Coach werden. Es ist schon eine wirklich verrückte Geschichte. Und mit Thomas Tuchel macht man, glaube ich, sehr, sehr viel richtig. Klar, er ist jemand, der durchaus aneckt, der aber auch taktisch unglaublich viel drauf hat. Ich schätze ihn auch als Trainer, stand jetzt stärker ein als Julian Nagelsmann. Das ist, finde ich, schon die richtige Wahl. Und weil sich ja auch Tuchel aktuell im konkreten Gespräch mit Tottenham befunden hat und für ihn das Projekt Premier League wohl durchaus spannend war und auch Real Madrid ihn auf dem Zettel hat, falls Angelotti zu Brasilien geht, könnte ich mir schon vorstellen, dass auch das so ein bisschen Geschwindigkeit reingebracht hat, weil man eben sonst Nagelsmann hätte nicht mit Tuchel ersetzen können. Könnte auf jeden Fall nochmal eine Perspektive sein, warum man sich eben jetzt zu der Entlassung von Nagelsmann durchgerungen hat. Trotzdem für mich eine komplett krasse Geschichte. Was da auch heute an der Säbener Straße abgegangen sein muss, kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, weil diese Entscheidung wollte, glaube ich, niemand so wirklich treffen bei den Bayern, weil man eben auch mit Nagelsmann eigentlich gefühlt ja ein Jahrzehnt geplant hat, könnte man ja fast schon sagen, man wollte mit ihm wirklich über Jahre hinweg etwas aufbauen und nun trennt man sich von ihm. Meiner Meinung nach vom Zeitpunkt her zu früh. Ich hätte die Saison auf jeden Fall durchgezogen, hätte man dann eben kein Titel geholt, wäre es nochmal was anderes gewesen. Aber ich glaube, die Bayern haben wirklich Schiss, dass das Ding gegen Dortmund verloren wird, dass es in der Champions League vorbei sein wird gegen City und dann, wenn überhaupt, noch der Pokal übrig bleibt. Und das ist eben eine katastrophale Vorstellung. Deswegen reagiert man jetzt eben auch, weil ein Topmann mit Tuchel wohlmöglich bald nicht mehr auf dem Markt wäre. Es ist eine krasse Story am Donnerstagabend. Ihr könnt mal sehr, sehr gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Und ich freue mich aber auch sehr, dass wir in diesem Format Reaktion auf direkt so eine Meldung haben, weil ich möchte auch wieder mehr hier auf Kickoff mit euch über aktuelle Themen diskutieren. Und das ist natürlich schon der Wahnsinn. Also eure Meinung sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Und dann sehen wir uns morgen auch im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball.